Schlag von Mastrangelo. Hier werden die Varianten angezeigt. Der nächste Angriff vorbereitet. Wunderbar! Weltklasse-Aktion wiederum vom besten Angreifer des Turniers, vom effektivsten, Jiba. Und dabei ist er lange nicht der Größte im Team der Brasilianer. Eher klein mit seinen 1,92, aber ungemein sprungkräftig. Und der Mann ist ein Antreiber. Ja, der pusht sich und seine Truppe. Gilberto Filio Godoy, genannt Jiba, spielt übrigens in Italien wie auch fünf seiner Mannschaftskameraden. Also die kennen die Jungs in den blauen Trikots auf der Gegenseite in und auswendig.